Hallo, ähm, ja, wir sind Second-Leutnant, äh, äh, ja, doch, Second, Moment, wo steht's hier eigentlich, Profile, äh, nee, Moment, Moment, ah, hier, ah, Beförderung zum First-Leutnant, ich stelle als nächstes an und die, ähm, ja, würde ich dann auch gerne antreten, deshalb, äh, ich versuche das heute mal zu schaffen, ähm, ja, Sniper Point Battle, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade fit genug dafür bin, aber, hey, was soll's, kann ja alles mal probieren, ähm, vor allem habe ich jetzt nicht, habe ich mich jetzt noch nicht warm gespielt, und, blöderweise ruckelt es gerade ein wenig, obwohl die FPS eigentlich in Ordnung sind, ich weiß nicht, was da, jetzt gerade los ist, Hm. Boah, verdammt, was hast du? Oh nein, pink dürfte es nicht unbedingt liegen. Na? Alter, irgendwie stimmt hier doch was gerade nicht. Gut, ich habe auch viel zu lange gewartet, aber, das ist was anderes. Alter, der leckt ja hier wie sonst was da. Unglaublich. Was der da für einen Satz gemacht hat? Willst du doch eigentlich genau so dran sein wie ich. Ach, verdammt. Komisch, komisch, komisch. Wo drehen die ich denn alle rum hier? Uh, jetzt habe ich einen, der kam ja jetzt gerade von mir ganz anders, ähm. Schade, dass da jetzt keine Killcam dabei war. Okay, den hatte ich jetzt. Das war aber mein Zufall, der ist ja in die Flucht gekommen. Okay. Ah, klar. Das war klar. Vielleicht sollte ich auch meine wechseln. Da bin ich zwar nicht unbedingt besser, aber der Zoom hat mehr, ist mehr. Den habe ich erwischt. Ich glaube aber nicht, dass ich da nochmal einen erwische, weil ich jetzt wieder aufpassen, wenn es da um die Ecke geht. Warte mal rein, mal sehen, ob er wieder rauskommt. Oh Mann. Oh Gott, bei den Snipern, da bin ich dann doch eher für die langsame Versteckvariante und für die Dauerduellnummer. Okay, praktisch, wenn man ein Gewehr hat, was man nicht wirklich jeweils einzeln nachladen muss, geht das Ganze schneller und effektiver, teilweise, wenn man eben dann nicht gerade entdeckt wird von einem guten anderen Schützen. Da habe ich doch einen gesehen gehabt. Wow. Gerade auch kein allzu Gutes. Oh, fies. Hat natürlich gewartet. Ich hätte wahrscheinlich weggehen sollen. Na, das kann ich knicken. Tja. Tja. Naja, das sollte ich eigentlich gar nicht versuchen. Meine Position ist ja eher das Warten, obwohl ich dann auch meistens nicht passend abdrücke. Wo bin ich eigentlich? Na, gar nicht so schlecht. Mist, jetzt habe ich den verpasst. Okay, jetzt war ich eher ein Glücksschuss. Hm. 617, wenn ich noch so eine Runde hinlege. Dann sieht es gar nicht so übel aus. Aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Wow, ich habe sogar auf die richtige Stelle gehalten. Das erinnert mich jetzt ein wenig. Ah, 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 ah. Da mache ich mich mit. Da muss keiner sein. Alter. Mann, 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 Mann. Das werde ich noch mal hier blicken lassen. Oh. Das ist eine lese Wand. Wieso muss ich da ausgerechnet hängen? Unglaublich. Was zum... Was soll das denn jetzt? Wer ist denn jetzt von da oben abgeschossen? Das ist echt nervig. Muss ich auch von unten gewesen sein. Tja, dafür müsste ich noch ein bisschen üben. Aber dafür bin ich... Ah, ich habe ja sowieso überlegt, mir eine andere Sniper zu holen, wenn überhaupt. Weil ich mit der ja einfach gar nicht gut bin. Hm. Tja. Tja. Tja, ja, gut. Nicht dieses Spiel. Mal sehen, was noch so... Hier rum schwirrt einmal Hero. Im Clan ist natürlich... Clan auf meiner Seite ist natürlich nicht schlecht, aber... So, allgemein. Nein, 6 zum Sieg. Da steige ich bei 5 zu 5 nicht mehr ein, weil das ist ein Matchball und nächste Runde ist fertig. Ah, das... Damit komme ich doch eher... Obwohl das auch schon... recht entschieden aussieht. Nun ja. Wollen wir mal sehen, ob wir da nicht irgendwie... noch was rumreißen können. Jetzt als Ober-Pro-Spieler überhaupt. Naja. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ich bin natürlich in der Verlierer... Momentan... Verlierermannschaft. Aber natürlich jetzt nicht. Klar, warte, bis ich rum bin. Sicher, sicher, sicher. Hm. Was ist das denn hier? Zwei Sachen. Warum ruckelst du so extrem hier und... Was ist... Da los? Auf einmal ein 100? 0 auf 100. Okay. Jetzt nenne ich mal einen Punkt. Wow. Irgendwie... Ähm... Ich weiß nicht, woran es liegt. Wow. Ähm... Doch, so schnell. Boah, Mann. Ich habe keinen Plan, woran es liegt. Ich muss gerade mal kurz... Ähm... Was nachgucken. Ich... Ähm... Ich kann mir nicht erklären, warum es jetzt auf einmal so ruckelt. Da muss ich echt mal gerade... Ähm... Nachgucken. Deswegen... Äh... Eine Sekunde, ja. 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 Ich habe jetzt irgendein Programm gefunden, das ein bisschen... Ähm... Sehr viel Leistung klaut. Ähm... Ähm... Hoffe ich zumindest mal. Hm... 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 Oh... Das war wohl eine Glendgranate. Und warum auch immer das gerade grün war? Das war auf jeden Fall sehr irritierend. So, nö. Das passt ja. Eigentlich. Oh, ich bin nur im Führungsteam gelandet. Das ist ja auch mal, ähm... Ungewöhnlich. Links. Dann würde ich sagen, unter euch. Was für eine Mörderknau. Hm. Na, auf geht's, Leute. Moment, habt ihr eigentlich... Wie, wie, wie... Ach, die Zeit. Boah, ist ja noch okay. Kann man machen. Oh, ich hab was gesehen. Wow. Also... Damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ähm... So, wie sieht's jetzt aus? Komisch. Das hakt immer noch ein bisschen. Nicht fair. Nein. Oh, das... Oder nein. Será nett? Nein. Nein.